Musik Frau Merkowski, wir verhandeln heute vor dem Schwurgericht Ihre Strafsache wegen Mordes in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolge und gestorben ist durch die Tat der dreijährige Emil Rosenbaum, dessen Mutter als Nebenklägerin an der Verhandlung teilnimmt. Ich beginne mit Ihren persönlichen Verhältnissen, Frau Merkowski. Ihr Vorname ist Svetlana. Sie sind am 19. Oktober 1981 in Moskau geboren, lebt dann in Euskirchen, verheiratet und haben eine fünfjährige Tochter. Was sind Sie vom Beruf? Also ich habe als Putzfrau in Teilzeit bei Dresden Frischmann gearbeitet. Sie hat bis zu Ihren Festnahmen. Sie sind seit dem 25. November 2005 in Untersuchungshaft vorbestraft. Sind Sie nicht? Die Anklage bitte, Herr Staatsanwalt Römer. Der Reinigungsfachkraft Svetlana Maikowski wird folgendes zur Last gelegt. Die Angeklagte war Putzfrau beim Dresens Frischmarkt in Euskirchen. Am Morgen des 23. November 2005 spritzte sie in der Kühlabteilung mit einer Injektionsnadel Blausäure in eine Packung Trinkschokolade und stellte sie zurück ins Regal. Noch am selben Tag schickte sie Patrick Dresen, dem Betreiber des Supermarktes, ein Fax. Darin verlangte die Angeklagte die Zahlung von 60.000 Euro. Andernfalls werde sie weitere Produkte vergiften. Bevor Patrick Dresen das Fax erreichte und er sämtliche Trinkschokolade aus dem Markt entfernen konnte, kaufte Helena Rosenbaum die vergiftete Packung. Am nächsten Morgen trank ihr dreijähriger Sohn die Schokolade und noch bevor der Notarzt eintraf, starb Emil Rosenbaum in den Armen seiner Mutter. Svetlana Maikowski wird daher wegen inmittelbarer Täterschaft, heimtückisch und aus Habgier begangenen Mordes in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolge angeklagt. Verbrechen strafbar gemäß § 211, 251, 253, 255, 22, 23, 25 Absatz 1, 2. Alternative Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt rüberherig. Seid man natürlich, dass ihr Mann Daniel mit Angaben macht zur Sache? Ja, das wird sinnvoll. Sie kennen ja die Anklage, Frau Maikowski. Was sagen Sie dazu? Also, ich bin unschuldig. Sie können mich hundertmal fragen. Nur eine Antwort. Ich habe keine Trinkschokolade vergiftet. Wirklich. Das habe ich nicht gemacht. Mein Sohn ist an dem Gift gestorben. Mein Emil, mein Ein und Alles. Und ich wollte ihn immer beschützen und konnte es nicht. Er wird mir nie mehr seine Ärmchen entgegenstrecken können. Aber es ist leider so, ich habe den Obduktionsbericht hier, dass das Kind an den vorgesehenen Vergiftschrungen gestorben ist. Die Untersuchung des Mageninhalts ergab eine hohe Konzentration an Blausäure. Genau 1,47 Gramm. Und ja, sehr schnell gestorben. Ja, wenigstens. Und zwar für den Kühlbereich. Und in dem stammt die Trinkschokolade, ja. Aber warum tun Sie jetzt gerade so, als ob ich die einzige Person in der Welt wäre, die Zugang zu Kühltheken hat? Da laufen doch hunderte von Leuten täglich hin und her. Da kann doch jeder was machen. Und was meinen Sie, woher sollte ich diese blaue Schimmel oder wie heißt das Ding nochmal? Blausäure, Frau Maikowski, das wissen Sie. Sie sprechen gut genug Deutsch. Ja, danke schön. Ich habe nichts gemacht, wirklich. Woher sollte ich diese blaue Säure kriegen? Sagen Sie mir. Woher sollte ich das tun? Und während Sie hier Ihre Zeit mit mir verschwinden, sollten Sie besser richtigen Mörder suchen. Wissen Sie, wie viele Angelegenheiten hat er jetzt, noch tausende andere Kinder umzubringen, alle zu vergiften? Frau Maikowski, Sie sollen seit einiger Zeit erhebliche finanzielle Probleme haben. Ja, aber Frau Rüchten, wer hat sie heutzutage nicht? Sagen Sie mir bitte. Gut, aber Frau Maikowski, die finanziellen Probleme sind massiv bei Ihnen. Sie haben bereits eine Lohnpfändung hinter sich. Ihr Mann ist seit Jahren arbeitslos. Da ist auch überhaupt keine Besserung bei Ihnen in Sicht. Vielleicht waren Sie einfach verzweifelt. Sie sind verzweifelt gewesen. Und dann haben Sie aber den Tod eines dreijährigen Kindes in Kauf genommen, zumindest. Jetzt reicht mir langsam. Ja, ich gebe zu, meine Familie stellt derzeit, weil ich in große finanzielle Krise, ja. Aber ich liebe meinen Mann und ich liebe meine fünfjährige Tochter Irina. Und denken Sie, ich würde etwas antun, was meine Familie böse tut. Ich bin einzige Ernährerin in meiner Familie. Nur mit diesem Putzjob kann ich ein bisschen meiner Familie helfen. Mein armer Mann ist schon seit mehreren Jahren arbeitslos. Und meine arme Tochter, sie ist so krank. Sie ist da ihr Zuhause. Sie hat Lungenentzündung. Und mein armer Mann, er muss sich wirklich so viel Sorgen um alles machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt alles abläuft. Mein Gott. Hören Sie doch auf zu jammern. Sie haben doch wenigstens noch eine Tochter. Aber mein Emil, der kommt nicht mehr zurück. Und ich würde alles auf mich nehmen, um ihn zurückzubekommen. Ich würde sogar für ihn ins Gefängnis gehen. Frau Rosemann, wir können Ihnen das auch alle gut nachempfinden. Frau Meikowski, Sie haben nichts mit dieser Tat zu tun. Dabei bleiben Sie. Ja, ich bleibe dabei. Und ich weiß genau, ich habe nichts gemacht. Können Sie uns dann erklären, wie Ihre Fingerabdrücke auf die Trinkschokolade gekommen sind, die wir sichergestellt haben, in der sich das Gift befunden hat? Fingerabdrücke? Denn Sie putzen ja nicht jede Trinkschokolade einzeln. Oder tun Sie das? Das ist die Verpackung. Und auf der waren Ihre Fingerabdrücke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade erzählen soll. Es ist mir ein bisschen peinlich. Ja, Frau Meikowski, ich meine, peinlich kann es uns allen sein, aber Sie sollten jetzt nicht an die persönliche Peinlichkeit denken, sondern Sie sollten Ihre Probleme lösen. Frau Meikowski, ganz einfach. Wenn es eine andere Begründung dafür gibt, dass Ihre Fingerabdrücke da drauf sind, als Sie, die die Staatsanwaltschaft vermutet, dann sollten Sie uns das in Ihrem eigenen Interesse mitteilen. Okay, das wegen all dieser Treueaktion im Supermarkt. Treueaktion? Was meinen Sie denn mit? Also seit einigen Monaten läuft bei uns im Supermarkt so eine Treueaktion. Also wenn einer von Kunden irgendwelche abgelaufene Produkte in Regalen findet, dann zeigt er das an der Kasse und kriegt 10 Euro Gutschein. Und ja, weil ich sehr früh putzen komme, dann versuche ich schnell fertig zu werden und dann suche ich nach solch abgelaufenen Produkten und verstecke sie im Regal ganz hinten. Aber das tue ich nicht für mich. Ich muss dann schnell nach Hause laufen und meiner Nachbarin das mitteilen. Wissen Sie, da im Wohnblock, wo ich mit meiner Familie wohne, da lebt eine sehr nette alte Dame, aber sie kriegt so miserable Rente und dann dachte ich, es wäre gute Hilfe für sie. Dann, ja, habe ich mir gedacht, wenn ich alte Dame das mitteile, sie heißt übrigens Frau Diethof, also dann würde sie sich bestimmt freuen, weil sie 10 Euro mehr für den Einkauf hat. Dann, ja, jetzt weiß ich, wie meine Fingerabdrücke auf diese Schokoladenbäche gelandet sind. Natürlich, ich habe das angefasst. Frau Malkowski, Frau Malkowski, entschuldigung, jetzt binden Sie uns aber gerade wirklich einen ganz, ganz großen Bären auf. Sie sind doch nicht die Samariterin von Euskirchen. Sie haben eine harte Arbeitszeit, Sie müssen da putzen, Sie müssen da durch und jetzt, Sie sind selber finanziell in größten Schwierigkeiten. Und jetzt sagen Sie uns, dass Sie in Ihrer harten Arbeitszeit, in der Sie viel schaffen müssen, sämtliche Produkte noch in die Hand nehmen und einzeln durchgucken, um das der anderen Person zugutekommen zu lassen. Denken Sie, ich bin so verrückt, dass ich diesen Gutschein für mich holen würde? Ich habe schon in letzter Zeit so viel Stress mit meinem Chef gehabt, hätte er das gewusst, was ich da mache. Dann hätte er mir gesagt, dass ich alte, irgendwelche Waren da von Müll mitbringe. Dann hätte ich mich sofort entlassen. Und dann, ja. Also Patrick Dresen ist ja der Besitzer dieses Supermarktes, dieses Kleine und den werden wir als nächsten Zeugen hören. Aber schauen Sie mal, dieses anonyme Erpressungsschreiben, das wir hier haben, eine Kopie davon. Achtung, in Ihren Händen halten Sie einen Erpresserbrief und wir meinen, ist toternst. In der Kühltheke von Dresens Frischmarkt befindet sich ein mit Blausäure vergifteter Schokotrink der Marke Kleefish Bio. Unsere Forderung 60.000 Euro. Genau in einer Woche erhalten Sie weitere Instruktionen. Keine Polizei, sonst gibt es den Gift-Kakao beim nächsten Mal ganz ohne Vorwarnung. So, und dieses Fax ist um 16.15 Uhr von einem Internetcafé in der Stadt abgeschickt worden. Ich habe nichts abgeschickt. Ich habe nie im Leben einen Fax abgeschickt. Ich weiß ja gar nicht, was das soll. Wirklich. Frau Meikowski, Sie sind clever genug, die Haltbarkeitsdaten herauszufinden anscheinend von den Produkten. Die sind ja klein genug gedruckt, mikroskopisch klein. Da sind Sie auch in der Lage, ein solches Schreiben aufzusetzen. Und Sie sind natürlich auch in der Lage, in den Internetcafé zu gehen und das zu verschicken, wenn Sie es selber gemacht haben. Oder Sie hatten Hilfe dabei. Es wäre ja durchaus denkbar, dass Ihr Mann in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt ist, oder nicht? Als ob Sie Ihr Konto noch nie überzogen hätten, Herr Staatsanwalt. Aber das geht auch hier nicht zur Debatte. Es gibt ganz andere Tatverdächtige. Zum Beispiel, wen? Ganz einfach, Ihren Ex-Mann. Ja, Daniel Rosenbaum. Haben Sie sich etwa nicht um das Umgangsrecht hinsichtlich Ihres gemeinsamen Sohnes Emil gestritten? Gab es da nicht einen Riesenstreit? Es ist... Ich bitte Sie. Wir hatten zwar Streit, aber so weit wäre er nie gegangen. Er hat Emil geliebt. Ich habe ihn als Zeuge bindet. Herr Höch, es sprechen alle Beweise gegen Ihre Mandantin. Es kommen ja noch mehrere hinzu. Und insbesondere der Supermarktleiter wird das ja hier jetzt auch bestätigen. Der wird jetzt Aussagen als Zeuge der Hände. Greifen wir nicht vor. Noch Fragen? Nein, keine weiteren Fragen. Nein, danke. Herr Dresen, Sie nehmen bitte hier vorne Platz. Herr Dresen, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, nehme ich an. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann schweigen bei Gericht, aber nur dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Dresen, Ihr Vorname ist Patrick. Sie sind 32 Jahre alt, wohnen Neuskirchen. Was sind Sie vom Beruf? Das ist richtig. Ich bin Marktmanager in dem frischen Markt, um den es hier geht. Jahrelang gegen die großen Angekämpfte und jetzt vergeblich wegen dieser Geschichte. Ist es Ihr eigener Markt? Das ist mein eigener Markt, ja. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Sind Sie das? Nein. Herr Dresen, die Angeklagte sagt ja weiterhin, dass Sie mit dieser vergifteten, mit der Blausäure in dieser Trinkschokolade absolut nichts zu tun haben, die der dreijährige Emil hier der Nebenklägerin getrunken hat. Sie haben ja gleich zu Beginn der Ermittlungen gesagt, dass Sie die Angeklagte hinter dieser Produkterpressung vermuten. Das tut man ja nicht einfach so. Weshalb? Nein, das tut man auch nicht einfach so. Aber ich habe Sie immer in Verdacht gehabt, wegen dieser Geschichte. Sie ist jeden Tag bei mir ins Büro gekommen, wegen mehr Geld. Aber Sie kennen ja die wirtschaftliche Situation heutzutage. Ich kann mir das Geld auch nicht aus den Rippen schneiden. Man muss ja heutzutage sehen, wie man klarkommt. Und zu einem Überfluss wollte Sie dann auch noch einen Kassiererjob bei mir haben, hinter der Kasse. Aber mir ist das von vornherein klar geworden, dass Sie hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Erst dieser Stress mit dem Job und dann mit dem Geld und jetzt diese Sache mit der Trinkschokolade. Für mich kann das alles kein Zufall sein, wenn Sie mich fragen. Aber Herr Dresen, das sind doch von Ihnen jetzt gerade nur Mutmaßungen. Sie wollen unbedingt einen Sündenbock finden. Und da kommt Ihnen natürlich meine Mandantin ganz recht. Ich frage mich, wenn Sie so unzufrieden mit der Arbeitsleistung meiner Mandantin waren, wo haben Sie ihr denn nicht bisher gekündigt? Keine Kündigung? Hören Sie doch auf. Ich sage mal, ich wollte Sie doch schon oft genug rausschmeißen. Aber ich bin leider nun mal auch ein sehr gutmütiger Mensch. Und wenn wir... Sie hat mich jetzt natürlich auch immer sehr geschickt angestellt. Sie hat dann immer von Ihrem Mann geklagt, dem es dann so schlecht ging. Oder von Ihrer kleinen Tochter, der es dann so schlecht ging. Ja, aber man sieht da jetzt an der ganzen Geschichte, was dabei rausgekommen ist. Ich bin jetzt eigentlich auch mit einer der Leidtragenden, obwohl da auch ein kleines Kind zu Tode gekommen ist. Aber herzlichen Dank dafür. Herr Dresen, ich habe hier dieses Fax. Der Presserfax stammt vom 23.11.2005. Und es ist nachmittags um 16.15 Uhr an Sie abgeschickt worden, jedenfalls. Und wann ist es bei Ihnen gewesen? Die ganze Sache, die ist mir total unangenehm und ist auch unverzeihlich, ehrlich gesagt. Ich hatte an dem besagten Tag am 24.11., Mittagspause um 12.30 Uhr, wo das dann passiert ist, leider diese unglückliche Tat, Papierstau in meinem Faxgerät. Ja, als ich natürlich das Papier aus dem Faxgerät entfernt habe, ist mir auch dieses Erpresserschreiben in die Hand gefallen. Ja, worauf ich dann auch alles dann sofort in alle Wege geleitet habe, um jetzt die Produkte aus den Regalen zu entfernen und auch gleich die Polizei eingeschaltet habe. Aber es ist, ja, leider Gottes war es dann leider zu spät. Das kann man wohl aussagen, dass es da zu spät war. Mein Sohn soll wegen eines kaputten Faxgerätes gestorben sein? Das kann ich ja wohl nicht glauben. Ob das vielleicht nicht doch wegen der Pressersumme war, die Sie nicht zahlen wollten, mir kommt das alles sehr, sehr komisch vor. Herr Dresen, Sie haben der Polizei ja sofort Überwachungsvideos vom Supermarkt gegeben, und zwar vom 23. und vom 24. November zur Verfügung gestellt. So, und auf dem vom 23. ist die Angeklagte zu sehen bei der Arbeit, und das schauen wir uns mal alle zusammen an. Ja, vielleicht darf ich das kommentieren, Frau Vorsitzende, ich habe das ja schon mehrfach in Augenschein genommen. Wir haben das auch untersuchen lassen, 23.11. 7.25 Uhr, der Supermarkt hat noch zu, aber Sie sind schon drin, Frau Meikowski. Das sind eindeutig Sie, und jetzt gucken Sie sich an, was Sie machen. Sie greifen in die Tasche, Sie haben in der linken Hand diese Trinkschokolade. Was Sie in der rechten Hand da rausholen, das können wir nicht sehen, das ist die maximale Vergrößerung. Auch mit technischem, hohem technischem Aufwand lässt sich das nicht ganz klar zeigen, dass Sie da eine Spritze in der Hand haben. Wenn was anderes, kann es ja wohl nicht sein. Erklären Sie uns bitte, was Sie da machen. Haben Sie da nur ein Datum geprüft, einer einzigen Trinkschokolade? Da ist doch so ein Aufwand nicht möglich, das erklärt sich mir nicht. Ich sage doch, ich habe dort noch ein Datum geprüft, und das war nicht so gut sichtbar. Da hat man es doch genau gesehen, das ist doch der Beweis an der ganzen Sache, dass Sie an der Sache was zu tun hat. Ich habe doch nicht umsonst eine Überwachungskamera eingebracht. Herr Dresden, aber was anderes ist mir aufgefallen. Normalerweise macht man doch so ein Video an sich erst zur normalen Kundenzeit. Warum lief das Video schon um 7.25 Uhr? Ich hatte bei der Svetlana schon immer so ein komisches Gefühl, dass die mich bestiehlt. Ich hatte immer eine ganz, ganz schlechte, eine ganz böse Vorahnung, was die Frau angeht. Gerade in Hinblick, auch auf ihre familiäre Lage, habe ich dann auch immer gedacht, so eine Überwachungskamera anzubringen. Und jetzt hat sie auch herausgestellt, dass ich es nicht umsonst gemacht habe. Ich kann es einfach nicht glauben. Mein Emil ist in meinen Armen gestorben, und hier geht es um Geld. Ich kann das ganze Gerede nicht mehr hören. Ich möchte jetzt aussagen. Frau Rosenbaum, gleich, ich habe Sie als nächstes Zeugin vorgesehen. Ich habe Ihnen aber gesagt, es wird eine schwere Verhandlung werden. Und ich hatte Ihnen geraten, nehmen Sie sich doch einen Anwalt mit. Sie wollten es nicht. Ich nehme Sie gleich dran. Noch Fragen an Herrn Dresen? Nein, keine weiteren Fragen. Bleibt unvereidigt. Herr Dresen, dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Frau Rosenbaum, bitte. Frau Rosenbaum, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Wenn man das nicht tut, macht man sie strafbar. Frau Rosenbaum, Helena ist Ihr Vorname. Sie sind 25 und wohnen in Neuskirchen. Sie sind geschieden und Hausfrau. Richtig. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Genau. Ich werde Ihnen jetzt einfach die notwendigen Fragen stellen. Wenn es Ihnen zu viel wird, sagen Sie bitte Pause. Danke, ich werde das schon schaffen. Das finde ich Emil schuldig. Sie haben die Packung Trinkschokolade in dem Supermarkt Dresens Frischmarkt gekauft. Wann war das? Ich kann mich genau daran erinnern und ich werde diesen Tag verfluchen, solange ich lebe. Es war genau an dem Abend vor Emils Tod. Ich war wie immer bei Dresens Frischmarkt und habe unter anderem auch diese Trinkkakaopackung in den Einkaufswagen getan. Emil saß vor einem Einkaufswagen und hat ganz aufgeregt auf die Packung gezeigt. Da habe ich sie ihm natürlich gekauft. Ich dachte, ich triebe ihm was Gutes, weil es ja Bio ist. Und wie konnte ich denn ahnen, dass das Zeug vergiftet ist? Frau Rosenbaum, also mit Ausnahme des Täters oder der Täterin, konnte das mit Sicherheit niemand dieser Packung anschauen. Man hat es wirklich nicht ansehen können, dass er mit irgendwas isst. Emil hat erst am nächsten Nachmittag die Schokolade getrunken. Und er war noch nicht mal zu Hause, ne? Ja, ich habe ihm den Trinkkakao ganz ahnungslos mit in den Kindergarten gegeben. Es war eine völlig alltägliche Handlung. Und eine Nebensächlichkeit, die aber mein Leben völlig auf den Kopf stellen sollte. Wenn ich das nur geahnt hätte, wenn ich nur eine andere Packung genommen hätte oder das Zeug wenigstens selbst getrunken hätte. Ich habe die Schokolade ja sonst auch gern gemocht. Wie haben Sie davon erfahren, dass mit Ihrem Sohn was geschehen ist? Ich bekam gegen Mittag einen Anruf aus dem Kindergarten von Frau Thiele. Das ist die Kindergärtnerin. Sie sagte mir am Telefon, dass es Emil schon furchtbar schlecht ging und sie sogar schon den Notarzt alarmiert hätte. Bei mir im Kopf drehte sich alles nur noch. Ich habe irgendwie versucht, mich zu beruhigen, aber ich konnte die Panik nicht einfach verdrängen. Sie wissen ja, dass man als Mutter immer so eine Vorahnung hat. Und Sie sind zu dem Kindergarten gefahren? Ich bin sofort ins Auto gesprungen und zum Kindergarten geheizt. Als ich da war, war Emil schon völlig apathisch. Und noch bevor der Arzt kam, ist er einfach in meinen Armen gestorben. Und das muss ihm so wehgetan haben. Ich habe das gemerkt. Und wissen Sie, was er noch gesagt hat, bevor er starb? Ja. Er sagte ganz leise, Mami, ich habe Marzipanmilch getrunken. Marzipanmilch, hat er gesagt. Das waren seine letzten Worte. Das war natürlich besonders perfide, wenn man das so will. Die Blausäure, die verströmten intensiven Geruch nach Bittermandel. Und ein Kind merkt das nicht. Ein Kind verwechselt das dann eben möglicherweise mit Marzipanmilch. Und die Menge, die die Frau Vorsitzende eben genannt hat, 1,47 Gramm, Frau Maikowski, die hätte auch ausgereicht, einen Erwachsenen zu töten. Deshalb ist es auch hier vollendeter Mord. Sie hat einen Vorsatz, einen Menschen zu töten. Und wenn ein dreijähriges Kind nur wenige Schlucke davon trinkt, dann kommt jede Hilfe zu spät. Ich werde über diesen Verlust nie, nie, nie hinwegkommen. Und ich will, dass der Schuldige bestraft wird. Mir ist es egal, wer es ist, ob es diese Putzfrau ist oder sonst wer. Der Schuldige, der soll Qualen erleiden. Frau Rosenbaum, können Sie sich vorstellen, dass Ihr Ex-Mann zu einer solchen Tat fähig ist? Daniel? Mhm. Unsinn. Daniel hat Emil über alles geliebt. Nur unserer Ehe hat zwar nicht immer alles geklappt, aber Emil hätte ja nie was angetan. Aber vielleicht wollte er ja gar nicht seinen Sohn in Gefahr bringen, Frau Rosenbaum, sondern Sie. Wissen Sie, ich meine, Sie haben es ja selbst angedeutet, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Ex-Mann nicht sehr gut war. Ja, aber das ist Quatsch. Er hatte sich nicht immer unter Kontrolle, aber er hätte das nicht gemacht. Sie wollen vielleicht auf den Sorgerechtsstreit anspielen. Aber ich wollte das Sorgerecht alleine, weil ich wusste, dass man mit Daniel nicht zusammenarbeiten kann. Ich hätte ihm immer hinterherlaufen müssen. Und das hatte ich wirklich schon lange genug getan. Aber das hat sich ja jetzt alles auf eine andere Art und Weise erledigt. Also Frau Rosenbaum, ich habe beantragt, beantragt liegt ja dem Gericht vor, Ihren Mann als Zeugen hier in diesem Verfahren zu vernehmen. Ich meine, dass es Ihnen schwerfällt, sich so etwas vorzustellen, ist für mich nachvollziehbar. Aber leider ist es für mich nicht sehr abwegig, dass tatsächlich Ihr Ex-Mann etwas damit zu tun hat, nämlich mit dem Gift in der Trinkschokolade. Noch Fragen? Nein, keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr. Dann bleibt unverheiligt. Frau Rosenbaum, Sie nehmen bitte an der Seite Platz 5 Minuten und werden direkt im Anschluss Ihren Ehemann hören, Ihren Geschiedenen. Daniel Rosenbaum, bitte.